Moin Moin zum neuen Croc Guide für Hyrule Warriors. Diesmal geht es um das vergessene Plateau und hier gibt es ganze sieben Crocs. Den ersten Croc findet ihr dann hier. Nummer 2 ist dann hier hinten. Croc Nummer 3 findet ihr dann hier. Den vierten findet ihr dann hier. Bei dieser schönen Aussicht, die man auch aus BOTW kennt, ist dann die Nummer 5. Nicht weit entfernt von eben ist dann Nummer 6. Und hier ist dann Nummer 7. Am Ende dann noch die Map. Am Ende dann noch die Map. Am Ende dann noch eine große Suche ran. Sehr